Marc Hosemann ist ein deutscher Schauspieler. Leben nachdem er zunächst unter anderem als Postbote seinen Lebensunterhalt verdient hatte, absolvierte Hosemann von 1993 bis 1996 eine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg und an der École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq in Paris. Sein Filmdebüt gab er 1994 mit einer kleinen Rolle als Polizist in Die hirnlose Frau. Es folgten Gastauftritte in Fernsehserien wie Alles außer Mord und Soko 5113. Seine erste Filmhauptrolle spielte er 1998 neben Heike Makatsch und Moritz Bleibtreu in Detlef Bucks Liebe Deine Nächste. Im Jahr darauf übernahm er die Hauptrolle in dem Kinofilm Long Hello und Short Goodbye von Rainer Kaufmann, der ihn auch in den Fernsehproduktionen Die Kirschenkönigin – Das Beste kommt erst und Ich will Dich besetzte. International machte Hosemann auf sich aufmerksam mit dem Film Investigating Sex, in dem er neben Dermo Mulawoni, Nev Kempel und Nick Nolte zu sehen ist. Daneben tritt er auch im Theater auf. So wirkte er etwa in Stücken wie Mutter Courage und Berlin Alexanderplatz mit. Von 2002 bis zu dessen Auflösung 2017 gehörte er mit Unterbrechungen dem Ensemble der Volksbühne Berlin unter Frank Kastorf an.